Musik 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 Ah oh, ah oh, bin ich denn hier? Ich bin in Fahrzeughilfe raus, mach die Tür auf, ich hab Platz, Angst. Okay, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mordenwarfare. Hier auf meinem Kanal, ob Glück oder Können, den ist winnen. Lasst ein Abo da, like die Video, schreibt was in die Kommentare und abonniert die Glocke, äh, aktiviert die Glocke. Könnt ihr auch abonnieren, das ist mir egal. Obwohl ihr abonniert meinen Kanal und guckt meine Videos, die kommen nicht drüber. Oh, das ist mir eigentlich auch. Oh nein, 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 nein. Wo ist der hin? Da. Ja, ich sehe es. Ernsthaft? Du hast mich abgekriegt, als... Was hast du da gemacht? Mit Dutto? Er ist Dulldull. Ganz böser Mensch, Alter. Komm, gib mir Deckung, wir marschieren vor. Ab mit der... ...Männer. Wir haben die Kontrolle, mach sie fertig. Okay. ...Mann, hinter dir, ja, ich weiß, ich bin tot. Okay, weiter geht's. Hier bin ich... Okay. Da, ist halt hier noch vier Schritte. Wir werden nämlich in den Rücken geschossen werden. Wechsel Magazin! Panik attacke! Von hinten. Ba 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 He He, Varabam Immer mit Homornie, immer mit Homornie, immer mit Homornie. Weißer Kämpfe. Halb im Boden. Jetzt mal ohne Scheiß. Selbst wenn ich daneben geschossen habe. Ich habe auf die Steinmauer geschossen und da ist ihm so viel Mist in die Fresse geflogen. Eigentlich in echt. Und er kann einfach nur drauf schießen. Als lieber ist. Jetzt dafür ist die Waffe nicht gemacht. Oh, danke Kumpel. Teammate rettet mich. Dafür ist die leider nicht gemacht für die Empfernung. Gut, Venar Kämpfe oder Häuser Kämpfe ist sehr gut. Irgendwie sind da meine Leute. Warum? Okay. Ja, sehe ich. Nicht mehr. Jetzt mal ohne Scheiß. Du kannst immer nicht daneben halten. Ganz ehrlich. Ohne Scheiß. Ist er noch da drin? Jetzt gehört er mir. Uh, hast recht. Woher wusstest du das? Jetzt bin ich Panik. Genau so. Ich bin zurück. Auf welchen Hof? Auf welchen Winkel. Auf welchen Boden. Wow. Sehr knirscht. Ah, ich auch. Achso, du bist bei mir. Sorry. Ach komm schon. Aus irgengrund zuckt deine Scheißfigur. Ohne Mist. Diese paar Tage. Black Ops Cold War Better. Hat man sich dran gewöhnt. Geiler als Mordenwurfer. Aber pssch. Das habe ich nicht laut gesagt. Mh mh mh. Verbündeter Witzel im Einsatz. Starte Suche. Wie sind denn Gegner? Man trifft auch nicht so gut. Du triffst wirklich bei Cold War genauer. Hahahaha. Sorry Mäuschen. Ich glaube du hast mich getötet. Deswegen habe ich dich getötet. Okay. Ach komm schon. Da kommt durchs Haus. Ja sorry. Da habe ich leider nicht kontrolliert. Und ich denke nicht ins Kopf. Okay kein Problem. Okay ist doch ein Problem. Aber ja. Äh. Dacke. Schnuckelmaus. Oh gut. Ich konnte meine Kiste nicht nehmen. Ja dann ist ja gut. Ey sorry man. Das gibt's doch nicht. Bleib einfach liegen. Alter. Da schießt immer jemand auf den belöden Jäger. Wo ist der? Mann. Ich hole den Jäger runter und wird von irgendjemand anders abgeknallt. Verdammter random Alter. Verdammter Nuffin. Sorry. Ist doch so. Oh er konnte auf jemanden schießen wenn er sich nicht beherren konnte. Ach komm. Was der hell. Du verdammter Sniper. Du snipest aus 10 Meter entfernung. Bist du dumm? Hat dein Mami dich so heiß gebadet? Also kippt hier keinen drauf. Also aus der Distanz. Also aus der Distanz. Snipest also. Sorry. Oh. 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 Genau. Ey. Ich habe jetzt gedacht was war der noch nicht oder? Was war Ohne Scheiß? Ey man. Mann! Boah! Ich will mich verarschen? Wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis gleich! Sie kehren blutig und mit leeren Händen heim. Gute Arbeit! Das stimmt doch gar nicht. Mit voller Blut. Das sind leeren Händen. Hehehehe. Gut scheißen kann ich. Oh ja. Level 10.000. Aber 16-15. Ein bisschen besser als eine Einerquote. Eins können nur sieben. Bis gleich. Äh, ich bin verwirrt. Aber wir sehen uns gleich. Und wir... Deutsch, da war mein Hals. Willkommen zur zweiten Runde. Und vielleicht mache ich jetzt mehr Kills als... ...12 zu 11. Oder vielleicht 15. Scheiße, ne? Und nicht vergessen. Auf Glück oder Können. Wenn es will. Lasst ein Abo da. Like die Videos. Anfasst in die Kommentare. Und aktiviert die Glocke. Ich werde mich freuen. Sehr freuen, wenn ihr mir zuseht. Etwas schreibt. Und vielleicht gut findet, was ich tue. Ah, ich bin alt. Ich brauche das. Ich ziele genau. Ich schieße nicht daneben. Vorsicht im Raum. Ey, sorry. Das sind gute Schüsse. So war das zweimal davor auch. Ich habe soeben nichts anderes gemacht. Ich habe soeben nichts anderes gemacht. Yo! Ey, ich schwöre, ich mache nichts verkehrt. Bauf dich. Ich treffe gar nichts. Also sorry, ähm. Ich habe nichts getroffen. Und ich habe ein Gefühl. Ich schwöre. Call the war. Ein paar Runden gezockt. Direkter als das. Vielleicht gibt es auch noch keine Hacker. Vielleicht ist das der Grund. Ich weiß nicht. Die Tage waren gar nicht so scheiße. Ich habe mich daran gewöhnt. Aber zugeben würde ich es nicht. Oh, ich sehe nichts. 50er S ist für ein Kill. Ich suche doch den Sniper. Ach, da hinten. Kumpel cool. Ich schneide mit einem Sturmgewehr besser als die Sniper. Hahaha. Ich weiß, lustig. Okay, wir gehen mal hier unten lang. Und suchen uns einen neuen Weg. Vielleicht ist das gut. Ich fühle mich nicht. Ich treffe den Sniper wieder rechts. Der Münd ist vorwürgt und er liegt. MEIN der auf dem Gelände. Feindliches Schild geschützt auf dem Schlapfeld. Wo denn? Epik-Pin Ach komm schon, nur den der Pump hat Ne, das war eine Claymore Okay, scheiße Dann nochmal Ja, ja, schon dabei Ich laufe auch ganz weit vorn Okay Das war für eben Ich hoffe, das war deine Claymore Dann habe ich dich auch zurecht getötet Also hier war eben noch einer, oder? Und wenn ich, äh Nein, meine Claymore Mann, ich freue mich, dass ich noch lebe Nehmt den Epik-Pin und irgendein Typ Klapp mich von hinten ab Danke, Bro Bist der Beste I love you Okay, das war zu viel Das war cool Das ist auch eine geile Aktion Ey, ich schwöre, ich halte voll drauf Warum treffe ich mich? So ein Scheiß, so mies bin ich doch gar nicht War das unser? Ich weiß gar nicht, ob das so eine gute Idee ist Oh, Sniper Ich habe dein Visier gesehen Ich wollte aber den erstmal, der näher ist Weil ich ja gehofft habe, dass du die Brücke absuchst Du A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-Loch Ich versuche hier, keine bösen Ausdrücke zu nehmen Ich versuch's Ist doch so Dieses PP-Loch Äh Snipe Snipe Es nicht aufgeregend funktioniert eigentlich nicht Ich arbeite da wirklich dran Ich glaub bloß keiner Na toll, wer war denn so schlau? Hey, er hat noch Luft. Meine Güte, das war wieder Rambo mäßig. Ich sehe nix, danke. Ach man, das ist langweilig. Irgendwann hast du irgendeinen Piepsniper, der da ganz spontan gerestet und auf die Ecke kommt und aus zwei Metern Entfernung sich wegsnackt. Du bist gut. Du bist so gut. Das müssen wir immer aufregen in diesem Spiel, ich kapier das nicht. Ach man. Ich will mich doch gar nicht aufregen, aber es ist immer voll da. Du stürmst mit deinen Leuten vor und so ein Sniper rotzt dich weg. Das ist wirklich auf die billigste Art und Weise. Ach komm. Jo. Das gibt's doch nicht. Ja, das ist ihr Respawn. Das gibt's schon. Ja, ein Schildgeschütz. Will keine Sau nehmen. Warum wurde das so unter? Oh schade, der geht nicht. Oh wär das geil. Oh wär das geil. Das geht nicht. Und das war's mit dieser Folge. Danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Einen guten Morgen. Und einen noch besseren Abend. Ich bin hier mit raus. Peace. Okay. Erst will ich meine Quote sehen. Dann bin ich raus. Okay. Wow. Mit Messer. Okay. Messer kills. Oh ne Scheiß. Und. Wie sieht meine Quote aus? Meine KD? 1,5. 11 zu 7. Okay. Tschüss. Das ist gut. Ich weiß nicht. Lilly ist ohne die Dose. Das ist ja, logisch. Es macht mich. Am cuatro? Ich bin mir. Ich bin mir. Nacht.